Wie ich gestern schon gesagt habe, ich stelle euch heute die Stadtmarktgemeinde Stadt Lauringen vor. Und da geht es Richtung Stadt Lauringen. So, das sind die Glocken von Stadt Lauringen und des gegenüber ist der Kunsthandwerkerhof. Kunsthandwerkerhof, Stadt Lauringen. Kunsthandwerkerhof, Stadt Lauringen. Glocken, Glocken. Echt schön, ne? Ja, und da ist der Innenhof. Das ist so eine Brunnen, so eine kunstige Installation. Echt, ne? Das ist geschlossene Zeit, ne? Corona. Ja, da steht alles drauf, was da alles gibt. Ja, da steht alles drauf. Ja, da steht alles drauf. ja das stimmt auch bodenständig und zukunftsorientiert ein guter platz zum leben ist auch richtig toll reiche einkaufmöglichkeiten ja weh weh und so weiter auf jeden fall sehr viel boden in magstallau sehr zu empfehlen und die kasse kirch das ist altbau und das ist der neubau das ist die kirch vom johannis den teufel also schutzpatron jetzt kommen wir so allmählich auf den markplatz da ist das schöne rathauswursterei das ist ja bekannt ja 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 ja